Aloha, Sportsfreunde, und willkommen zu einem weiteren Part Assassin's Creed 4 Black Flag. So, in dem Part gehe ich mir jetzt einmal die Templerjagd an. Was das denn überhaupt ist? Ne, das ist wahrscheinlich ein Animus-Tragment. Denn auf dieser Insel hier ist eine solche. Jetzt gucken wir mal, was da ist. Achtung schon, der ist da. Der Aussichtsblut auf der anderen Seite. Schönen Dank. So. Aha. Na ja. Dann wollen wir mal. Oh. Opia? Oh, ruhig, Mila. Ich dachte nur, ihr braucht Hilfe. Warum? Was ist euer wahres Motiv? Euer Name stand auf einer Karte. Und ich habe sie einer Bande Templer verkauft, aus Versehen. Wir alle machen Fehler. Typisch. Und seinen Templer durch in den Rücken stoßen und sich dann als Retter aufspielen. Seht, ich mache es wieder gut, Lady. Außerdem suche ich einen Schlüssel. Ich dachte, ich helfe euch. Und dafür behalte ich den Schlüssel, wenn wir... Gut. Ihr seid beleidigt. Ich gehe. Wir fordern euch zur Jagd heraus. Sammelt mehr heute als wir, und ihr gewinnt. Achtung. Scheiße. Abgemacht. Oh, nää. Hallo? Gibt es überhaupt Viecher? Ja. Achtung. Eh? Da. Nein. Das war nur Glück. Oh, na. Und da. Das war nur Glück. Das ist unfair. Versteht es als Anspunkt. Ne, nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Was? Was ist denn hier jetzt? Echt, wieso hat die denn schon drei? Mann. Hä, bleibst du hier? Oh nein, nicht da hoch, verdammte Hackel. Glaubt ihr wirklich, dass ihr uns schlagen könnt? Das hoffe ich doch. Doch reinigt ihr euch doch, das hoffe ich nicht. Glaubt ihr wirklich, dass ihr uns schlagen könnt? Oh. So, unten. Wow, was ist das? Oh. 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 Ein weißer Jaguar. Guter Fang. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Wir nehmen eure Hilfe an. Wobei. Seht. Brigatten? Warum? Warum? Gibt es dort irgendwas außer Fisch? Nein. Das sind eure Templer. Ihr habt ein Schiff und ein bleiches Gesicht. Transport und Pass. Trefft uns auf Bran Cayman und helft uns dort. Aha. Okay. Na, den. Machen wir mal weiter hier. Einen weißen Jaguar erlegen. Okay. Gut. Und, Alter. Irgendwo brauche ich langsam mal Dingens her. Äh. Vogel. Sprich Munition. Mit zwei Schuss erreiche ich jetzt nicht mehr so viel. Hm. Wo ist hier? Die Raten ganz oben. Natürlich ganz oben. Und nach vorne zum Aussichtspunkt. Und nach vorne zum Aussichtspunkt. Ja. Hier. Jep. So. Schnellweise freigeschaltet. Das ist schön. Hier ist noch eine Schatztruhe. Ach, Google. Jawohl. Sauber. Das ist schön. Oh Gott. Hier sind ja auch noch Fragmente und Flaschenpost. Oh. So viel schönes Zeug. Gut, ja. Mhm. Nee, komm. Das dauert mir jetzt echt alles zu lange. Ich will auf meiner Hauptmission jetzt wieder weitermachen hier. Beziehungsweise in der Templerjahrt. Wie lautet unser Kurs heute, Captain? Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Wir sprachen wie ein Walise, Ade. Und was willst du? Master Kitt sprach von einer Prise, der mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Lesegel heißen! Los geht's! Eis-Segel an die Schurken! Gebt dem Wind nach! So. Äh. Ja und jetzt? Hm. Aha. Okay, da muss ich also hin. Da geht's weiter. Gut. Anziehung zur Zeitrang 298.442. Ist ja irre. Und da ist sie auch wieder. So. Obja. Wie geht es uns heute? Überrascht. Wir dachten nicht, dass ihr euer Wort haltet. Sagt uns, warum vermutet ihr euren magischen Flüssel hier? Er besitzt eine große Anziehungskraft auf Templer. Falls das wirklich ihre Schiffe sind. Wir wissen nicht, was die Templer hier wollen. Dieses Volk besteht nur aus einfachen Fischern. Vielleicht auch nicht ganz so einfach. Ich mische mich und das Volk und sehe, was wir herausfinden. Okay. Alvin aufspüren. Wer ist denn nun wieder Alvin? Okay, also Lokationen haben sie auch irgendwie versaut. Zucker. Jupp. Hm. Oh ja. Okay, dann einmal kurz gucken. Ah. Hm. Na komm, das nehmen wir. Mörser. Na komm, für 800 holen wir es uns endlich mal. Kann ja nicht schaden. Na komm, noch ein Naga. Warum nicht? Frachtraum. Ja, erweitern wir den auch nochmal mal. Komm. Und das war es erstmal wieder. Hält. Munition. Jupp. Börser. Und das haben wir. Das ist sauber. Damit ist die auch wieder aufmunitioniert. Das freut mich. Excellent. Good day. Ich bin insgesamt 500 Stück Fracht am Hafen. Okay. Und weißt du, genau deshalb nennt man mich ja auch den König der Fischer. Wie er nennt dich so? Ach, sei nicht neidisch. Neidisch? Ich bin nicht neidisch. Ich zeige dir den Zahlschein, wenn du willst. Senorita Marquez, rechte Hand, Vargas, unterschrieb ihn. Sie benutzt sein Haus als eine Art Hauptquartier. Ich traf sie sogar... Ich traf sie sogar dort, als ich den Fisch auslieferte. Siehst du, Elvin ist nun sozusagen ein Edelmann. Ha, ein adeliger Fischer. Sicher doch. Ich bin nicht alle zusammen, sicher, dass wir mit uns bleiben können, Herr Professor. Ein respektive Advocat, aus dem... Gut, haben wir. Äh, haha, schwanger, kann ich nicht bewerten. Okay, also fortsetzen. Das ist auch eine brutale Masche. Okay, äh, wo kann ich denn mal wegen Crew nachfragen? Soll ich ja, ne? Mal gucken. Brauche ich welche? Ich weiß es gar nicht. Nope. So. Wo ist sie jetzt? Da. Okay. Hm? Hm? Wart ihr erfolgreich? Ich hörte ständig einen Namen. Marques. Eine Freundin? Ein Mann mit demselben Familiennamen hat unser Dorf zerstört. Wir haben uns gewehrt und ihr Anführer hat diesen Sieg nicht mehr erlebt. Glaubt ihr, die Frau ist mit ihm verwandt? Falls sie es ist, sind wir nicht sicher. Der Zahlschein, den wir stahlen, nennt die Adresse eines ihrer Männer. Vargas. Richtig. Ich weiß, wo das ist. Suchen wir den Köderburschen auf und fragen, was er weiß. Mir nach. Ihr müsst versuchen zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Ich habe eine Ahnung. Nein. Nicht euer Schlüssel. Einige sagen, die Taino wären bereits ausgerottet. Doch wir lassen uns nicht ausrotten. Unser Kampf geht weiter. Da ist es. Das Haus von Vargas. Schnell. Versteckt euch und wir nutzen die Überraschung zu unserem Vorteil. Versteckt euch. Okay. Hola. Was ist euer BG? Ich wünsche eine Audienz bei Senorita Marquez. Hinterher. Na toll. Singular. Am I dreaming? Linie's beside. Ah. Ah. Surpreise. hallo alter sagt doch einfach bin nun nicht verfolgen und enter sie können nun auch mit dem mörser auf große entfernung abfeuern okay halten sie l1 gedrückt um den mörser ziel modus aktivieren bewegen sie er zum zielen drücken sie r2 zum schießen l1 er und er zwei ok sind bereits her ja auf dein zeichen kämpfen sicherer entfernung mit dem mörser feuer ah ja ich sehe nichts wir brauchen den mann und das schiff intakt wenn er singt verlieren wir marke ich will ja nur entern jawohl jawohl entern ja gut ja ich kann ihn von hier gut weg 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 Geht doch nicht klein sein! Raus damit, Mann! Wo ist Marquez? Warum ist sie hier? Sie ist schon auf dem Weg nach Huventut. Sucht sie dort, wenn ihr müsst. Ihr Heer wird euch eine Lehre erteilen. Huventut ist die Insel unserer Feinde. Wenn Lucia Marquez sich dort aufhält, ist es sicher, dass wir ihr Ziel sind. Wie viele Feinde habt ihr denn? Wird man gejagt, scheint es manchmal, als wäre jeder Fremde auch ein Feind. Auf Huventut herrscht seit dem Tod des ersten Marquez ein Waffenstillstand. Doch diese Frau könnte den Streit neu entfachen, wenn sie genug dafür bezahlt. Ah, das wäre schlecht. Ich nehme dieses Schiff. Trefft mich dort, wenn ihr den Schlüssel wollt. Junge, Junge, das ist aber auch... Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Ach ja, das sagt ihr jedes Mal. Wenn wir an ihr Gold... So. Äh... Mhm, hier also. Ah, na komm. Machen wir mal glätt. Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Priesen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ah! 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 Was ist das da vorne? Da komme ich schon wieder nicht rein. Ich bin dran! Waffen raus! Brigatte! Die Flaggen sind Spanisch! Feuer! Feuer! Wir gehen Kreativstoff in den Wind! Bereits zu schießen, Sir! Feuer! Käpt'n, ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Wir haben zu viel Feuer und Kraftsegelreffen! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Käpt'n! Feuer! Segel setzen, Bewegung! Da, Käpt'n! Da sind sie am empfindlichsten! Komm, 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 vorbei! Segel setzen! Alle Segel setzen! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lassen Sie dafür bezahlen! So, und die nehmen wir? Wir müssen auf den Schiffen essen, Junge! Sie kommen uns erschreckend nah! Jo, hieß, ho! Hi, hieß! Jeder, der das Schiff betritt, stirbt! Ja! So! Что? Wenn sie kommt, fix ihn den Tod! Halte sie zurück! Hu! 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 Hu, hu! weg Und was mache ich jetzt mit dem Kahn? Nehme ich den auch wieder in meine Flotte auf oder nutze ich den zum Reparieren? Neh, nehm ich meine Flotte. Das ist ja eigentlich ein großes Schiff von daher. Hm. Fette Beute, Käpt'n! Öffnen und trimmen! So viel Segel wie ihr könnt! Setz alle Segel, die wir haben! Feuer! Feind sich aus dem Schiff! Wir haben eine Fregatte aus! Bereit zum Feuern, Käpt'n! Feuer! Huich, huich! Gebt den Wind nach! In die Wanden alle Segel raffen! Wir sind zu nah dran, Käpt'n! Wir sind zu nah dran, Käpt'n! Der nächste Treffer reißt uns in die Tiefe! Alter! Wir gehen gleich unter, es wird! Feuer! Ja, ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Feuer! Da ist sie am schwächsten! Nein! Verdammt! Oh! Na gut! Scheibenkleister! Lautet unser Kurs heute, Käpt'n! Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn! Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurecht stutzen! Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann! Alter! Oh! Und was willst du? Master Kit sprach von einer Friese, die mir unten in Tulum zeigte. Ziemlich weit weg leider. Der halt unsere Juna. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, bis sie nicht schaut. Ich sollte ihn treffen. Und bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Priesen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Feuer! Ei, ei, ei. Segel-Riff-Tram! Oh, komm, komm, komm! Raus da! Oh! Großsegel-Riffen! Hol die Macht! Die schießen schnell, Sir! Feuer! Unterschätze sie nicht! Bringt jeden fetten Stoff in den Wind! Uh! Feuer! 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 Pfff! Segel-Riffen raus aus der Böe! Oh, shit! Die Treffen! Oh, shit! Die Treffen! Zu weit entfernt. Oh, scheiße! Und ich fahr genau ran. Macht euch bereit! Nein! Huch, huuch! Huch! 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 Feuer! Huch! Feuer! Vorsicht, Käpt'n! Feuer! Feuer! Dieser Schiff steil ist außer Betrieb, Sir! Es geht nicht so- He walked up! Nicht so- Eyás hör dokład! Feuer! Versteckenrer! die hauptsegel in den bänden alle segel setzen und starken fest einholen vor segel einholen alle segel sie vertreibt das die hauptsegel in den bänden alle Mein Gott, ey. Was ist denn das für eine Kacke hier, bitte? So. Hey! Nehmt die Raren aus dem Wind! Ab in die Waffe zum Weißbarmtegel! Feuer! 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 Oh. Ey, ne, jetzt reicht's mir echt. Ryan, nehmt Druck vom Baum! Wir alle setzen und schafft zum Wind ausrechten! Alle Segelsetzen, die Jungs! Oh, Leute! Feuer! Sie geht gleich unter! Ey. Wir gehen gleich unter! Ja, ich weiß, aber ich kann's nicht ändern, fuck damit noch mal. Nicht konzentrier' dich aufs Ruder, Captain! Achtung! Feuer! Feuer! Oh, Leute! Ja, ey, was soll ich denn hier machen, Alter? Ich steh' von allen Seiten unter Beschuss. Meine Fresse. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Oh, und das geht mir auch auf den Sack, dass die jedes Mal dasselbe labern, Alter. So, muss ich da überhaupt hin? Nein. Wo muss ich denn hin? Wo ist denn... Oder ist die Mission hier? Nee. Ist sie nicht. Ey, das kotzt mich nämlich echt an. Was sonst? Hä? Ist die jetzt ganz weg, die Mission, oder was soll das? Na, auf jeden Fall auf das Vor habe ich keinen Bock. Dann geht's halt mit der Hauptmission weiter. Und zwar im nächsten Part. Hier mache ich dann erstmal wieder einen Cut. So. So. Auch wenn mich das jetzt zum Schluss echt angekotzt hat. Und ich sage, gut. Mittlerweile macht mir das Spiel sogar richtig Spaß. Sowohl Story- als auch Gameplay-technisch. Und daher gucken wir mal, wie es im nächsten Part weitergeht. Wenn's euch auch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tuck mal. Schö Food auf www.avm-technisch.com Wir machen jetzt noch mal dieuloene Tabri Thilzüin. Und dann komm jo?